Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen! Ich bin aber so ziemlich mit dem Teil hier, mit der Serie warm geworden, ne? Leider hat sich heutzutage nicht mehr wirklich ihre Qualität, also sie hat deutlich an Qualität verloren, ne? Vor allem mit dem bisher letzten erschienenen Teil, in Rio 2014, was... ...was für die Wii U und den 3D erschienen ist, aber dazu gleich mehr. Oder, nein, eigentlich möchte ich da gar nicht drüber reden, das ist eine sehr traurige Geschichte. Ähm, rausgekommen ist dieses Spiel am 16. Januar 2010, zusammen mit der Wii-Version. Und der Grund, warum ich mich für die DS-Version für dieses 9RP entschieden habe, ist... ...die DS-Version hat einen eigenen Story-Modus, nämlich die Abenteuer-Touren. Und den werden wir in diesem, äh, Spiel, äh, in diesem 9RP auch primär spielen. Ansonsten gibt es halt noch einen Einzelspieler, da kann man hier mal kurz reinschauen. Man kann halt hier jede Disziplin spielen, wie man möchte. Die Traum-Disziplinen, die sind immer etwas Besonderes, denn diese sind zum einen, ähm, die meisten sind davon noch gesperrt. Und zum anderen, sie, ähm, unterscheiden sich von den normalen Disziplinen durch bestimmte Gimmicks. Und die muss man halt alle noch freischalten, also bis auf die 3 hier. Kann man vor allem im Story-Modus machen. Da gibt es noch, ja, kleinere Minispiele. Vielleicht können wir uns die auch noch anschauen, ne? Und halt Geistdaten, wie bei Mario Kart. Und halt noch so ein Multi-Runden-Spiel, aber das ist ja nicht hier unnötig. Beginnen wir einfach mit dem Abenteuer-Modus, den Abenteuer-Touren, ne? Deinem neuen Spiel. Februar 2010. Die Olympischen Winterspiele. Ein Sportfürstel in Frieden. Sind im Begriff anzufangen. Als plötzlich Bowser und Eggman auftauchen. Niemand hält Olympische Winterspiele ab, bevor ich es nicht erlaubt habe. Wir verstanden unsere eigenen Olympischen Winterspiele und ihr müsst warten. Und ich habe vorgesagt, damit ihr nicht ohne uns mit den Winterspielen anfangt. Was macht der da? Er beschwert Feuer. Ja. Nein. Ihr müsst euch so vorstellen, es würde jetzt hier überall Feuerspeine. Und schmilzt damit den Schnee. Wie böse. Ohne Schnee könnt ihr Olympische Winterspiele nämlich vergessen, ne? Wie ist der Geweid, Bowser? Ganz nach meinem Geschmack. Um den Rest kümmere ich mich. Kommt nur hier, Schneegeister. Verstecken hilft nichts. Hilfe, er zieht mich zu sich hin. Was passiert denn da? Ich komme nicht weg. Oh, was ist denn auf einmal los? Werden wir gefangen? Oh nein, das sieht übel aus. Doch, doch, so die Schneegeister, die ist auf der Welt schneiden lassen. Einer von denen hat sich zwar verdrückt, aber fünf genügen uns alle mal. Bowser, Eggman, was habt ihr denn mit uns vor? Ihr Winzlänger werdet das kräftig schneiden lassen für unsere Olympischen Spiele. Ja, das sieht aus. Dann wollen wir mal mit den Vorbereitungen loslegen. Toller Plan. Überall in den Städten ist der ganze Schnee verschwunden. Und das sind Mario und Sonic. Dieses Bild bietet sich Mario und Sonic, die die Olympischen Spiele ansehen wollten. Ich dachte, sie nimmt daran teil. Auf einmal hören sie eine Stimme. Bitte helft mir. Ich bin ein Schneegeist. Mein Name ist Frosty. Bowser und Eggman haben meine Freunde hinführt. Wir Schneegeister sind doch für den ganzen Schneeball auf der Welt verantwortlich. Ihr müsst mir helfen und meine Freunde retten. Aber kommt zuerst mit nach Frosthausen. Kann ich nicht mal lesen? Mario und Sonic begleiten Frosty nach Frosthausen. Wow, ihr schneidet sogar mal zur Abwechslung. Sie sehen Frosty dabei zu, wie er es in Frosthausen wieder schneiden lässt. Das ging ja schnell. So, das ganze ist quasi so ein bisschen im Challenge Mode. Aber mit Overworld tatsächlich. Und da ist er auch schon mal tot. Mario? Du bist Mario, lange nicht gesehen. Ich bin's tot. Ja, und welche finden eine Million? Eine Milliarde, besser gesagt. Mit dir hätte ich ja nun gar nicht gerechnet. Und wer ist das? Achso, der meint Sonic. Ach, nett, ich kenn's allein, Sonic. Ich hab schon viel von dir gehört. Blagst du dich immer noch mit dem bösen Genie Eggman ab? Ja, nicht nur. Leider. Vorne ist der ganze Schnee in der Stadt geschwolzen. Nun ist er wieder da. Wie kam das? Durch den kleinen Gesellen hier. Bowser und Eggman haben überall den Schnee weggeschmolzen, um die Epiliate zu stoppen. Wer bist du? Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bin Frosty, der Schneegeist von Frosthausen. Meine Schneegeisterfreunde sind von Bowser und Eggman entführt worden. Ich habe dafür gesorgt, dass es wieder schneit, aber nur in Frosthausen. Wenn ich meinen Freunden nicht helfe, wird es anderswo nie wieder Schnee geben. Oh nein. Was für ein böser Plan. Ich habe Mario und Sonic gebeten, meine Freunde suchen zu helfen. Das freut mich Mario und Sonic. Aber wo ist der Bowser und Eggman bloß? Die halten irgendwie ihre eigene Olympiade ab. Hilfst du uns auch, Toad? Ich weiß zwar nicht, ob ich eine große Hilfe wäre. Nein, bist du nicht. Aber ich bin dabei. Danke, vielen Dank. Toad ist bitte von der Partie. Yay. Wie wäre es, wenn wir uns in Frosthausen mal genauer ansehen? Ja, also umsehen meine ich jetzt damit. Bewege dich mit dem Steuerkreuz oder durch Berühren des Zielorts mit dem Touchband. Zur Interaktion drückst du den A-Knopf oder nutzt den Touchband zum A-Tippen. Wieso geht das eigentlich so schon langsam runter? So und wir können uns jetzt halt wirklich frei bewegen. Mit ein paar Leuten sprechen. Oder zum Beispiel eine Schatztruhe öffnen. Was ist denn da schönes drin? Schlitzruhe. Du hast Sternenstaubkleider erhalten. Die sehen aus wie Schlitzschuhe. Die sind bestimmt noch irgendwo zu gebrauchen. Ja, denn die Sache ist die. An diesen Tafeln hier sind immer Challenges zu den Disziplinen drin. Und die können wir ohne die nötigen Utilien, also zum Beispiel jetzt die Schlitzschuhe, nicht bewältigen. Was geht bei den Chaucer ab? Ciao, ciao. Ihr habt Sternenstaubkleider in der Schatztruhe gefunden. Ich bin so neidisch. Du hättest die auch einfach selbst öffnen können, aber gut. Ich werde die weit nicht mal fünf Meter von dir weg. Von daher zieht auch Ärger aus. Eismauern versperren den Weg zum Platz. Wirklich? Tatsächlich. Eine Eismauer verführt den Weg. Da kommen wir erstmal nicht weiter. Übrigens können wir auch immer wieder zwischen Mario und Sonic wechseln. Ich glaube Sonic ist ein bisschen... Wobei, nein. Ich wollte gerade sagen, Sonic ist ein bisschen schneller als Mario, aber das trifft das Elstern nicht wirklich zu. Was ist denn das für ein Brett hier? Also das ist wirklich für die Disziplinen. Das sind quasi Challenges. In der Stadt sind hier und da Schilder zu sehen. Sie zeigen die Anweisungen zu den Missionen, an denen ihr teilnehmen könnt. Wollt ihr als erstes die eigene Laufmission ausprobieren? Vielleicht kann euch jemand der vielen Zuschauer einen Hinweis geben. Oder ich lese einfach das, was da oben steht. Weißt du? Gelange erinnert von 5 Sekunden des Ziel. Zielsteuerung für die Befehle. Das ist die Gelegenheit die Sternenstaubkleider zu testen. Mal sehen, was sie können. Ja, und dann können wir uns halt entscheiden, wer das macht. Ich entscheide mich jetzt einfach für... Ne, für Sonic. Weil der ist deutlich schneller, wie man sieht. Die Charaktere haben nämlich auch unterschiedliche Stats. So. Die Steuerung würde ich aber doch gerne mal wissen. Das kann man sich auch mit dem Film anschauen. Ich drücke... Ach nee, stimmt. Das war einfach nur L und R. Vielleicht kann ich das nicht irgendwie alleine anschauen. Also einfach nur die Steuerung. Okay, ich versuche es einfach mal. Also unter 60 Sekunden muss ich jetzt hier am Ziel ankommen. Das sollte ich ja wohl noch hinkriegen. So. Dann seht ihr zumindest auch mal, äh, richtiges Gameplay. Ja genau. Einfach nur L und R abwechselnd drücken, ne. Und jetzt seht ihr bei einer Kurve ist dann einfach L drücken. Oder... Ne, eigentlich nur L. Eigentlich nur R. Also früher habe ich mit dem Spiel wirklich sehr viel Spaß gehabt. Also ich bin noch eher mit diesem Spiel groß geworden als mit den, ähm, Sommerspielen. Die habe ich erst danach gezockt. Und den Abenteuermodus, den habe ich echt genossen, ne. Und ich bin froh, dass es auf einen Freund von mir auch zugetroffen hat. Und nicht mich mit ihm da so ein bisschen austauschen konnte. Ja, das glaube ich hier gerne Sonic. Wenn man immer, wenn man eine Mission erledigt, dann kommt man auch immer, ähm, Leben dazu. Und die sind natürlich dazu da, sollte man fail, ne. Was uns hoffentlich in diesem Video nicht mehr passieren wird. Geht was zum Abschluss der Mission. Was ist das denn? Ein Kristall. Du hast einen Kristall. Och, irgendwas ist gerade vom Himmik runtergeschwebt. Was ist das? Das ist ein Kristall. Ein Symbol des Sieges. Kristalle gehen im Schneegast und mir geheimnisvolle Kräfte. Boah, das klingt aufregend. Die Kristalle können wir später vielleicht auch gut gebrauchen. Wenn wir Kristalle haben, sollten wir uns überlegen, wie wir sie einsetzen können. Schilder mit einem, mit einem Ausrufezeichen für die Mission zeigen, an dass Kristalle vorhanden sind. Habt ihr die Mission bereits abgeschlossen, seht ihr einen Stern auf dem Schild. Wir müssen also Schilder mit dem Ausrufezeichen suchen und so viele Missionen wie möglich schaffen, ne. Wenn ihr die Mission nicht schafft oder wiederholt habt ihr weniger Versuche. Dann müssen wir vorsichtig sein, vorher wissen wir, wie viele Versuche wir haben. Äh, ja, schau einfach mal auf die Herzen, wie wir es damit... Ah, sorry, da habe ich gerade nicht drauf geachtet, dann weiter geht's. Ist halt echt so lächerlich. Aber gut. Jetzt können wir die mal die Schneemauer noch mal untersuchen, ne. Eine Ausmauer verspätet den Weg. Was sollen wir jetzt tun? Solange diese dicke Eismauer hier ist, kommen wir nie zum Platz in Frosthausen. Glaubst du, was Bowser und Eggman dahinter stecken? Also die Chance liegt schon nahe. Frosty, weißt du mehr? Ich glaube, mit Hilfe der Kristalle kann ich diese Eismauer mühlos schon einfüllen. Ich gehöre mich drum. Na dann mach mal. Da übrigens habe ich schon erwähnt, dass diese Schneegeister übelst die Chaos Emeralds fake sind. Aber ich meine, die haben die gleiche Farbe und wirken auch fast genauso. Die Eismau ist verschwunden, die können jetzt weitergehen, ne. Oder soll das vielleicht eine Anlehnung an die Chaos Emeralds sein? Kann ja auch sein, ne. Oh, wen haben wir denn da? Bowser Jr. Es gibt nämlich auch Zwischenbosse in diesem Spiel. Wir kommen dem Weg nicht am besten mit Mario. Und er ist der Erste da vorne. Hey, was geht's? Ich war auf der Suche nach Schneegästen. Was finde ich? Mario und Sonic. Er darf mich auf keinen Fall sehen. Moment, ich muss mal kurz schneiden. So, ich hoffe, es geht jetzt wieder. Ey, was schlusset ihr da? Wenn ihr meint, ihr könnt das mit mir aufnehmen, dann dreht ihr den schon ein schnell auf an. Klar. Ihr wisst doch nicht vor, ob ihr euch da einlasst. Ich mach euch zur Schnecke. Mario, ich hoffe, dass ihr meine Lektion erteilt. Ja, auf jeden Fall. Deswegen mach's jetzt auch einfach Mario. Weil der kennt sich mit Bowser Jr. sehr gut aus. Hat auch keine bessere Erziehung genossen als sein Vater. Kein Wunder eigentlich, oder? So. Aber wir haben das ja gerade eben schon gemacht, also von daher sollte ich den locker besiegen können. Außerdem ist es der erste Boss, also von daher da eigentlich nichts drauf. Ja, und die Bosses sind entweder halt böse Charaktere, die man auch selbst spielen kann, oder andere Antagoisten, ne? Aus den verschiedenen Franchises. Und du warst ja mal gar kein Problem, Bowser Jr. Schaut euch mal an, wie weit er zurücklegt. Ja, wirklich fantastisch, oh Mario. Du hast ihm gar keine Chance gelassen. Und er macht mich zur Schnecke. Ja, ich glaube, das hat sich gerade geändert. Und das habe wohl eher ich gemacht als du. Ein Leben mehr. Ja. Oh, wir haben eine neue Disziplin freigestaltet. Raketenziehsprung. Und den Schneekanonen-Kampf. Nice to know. Ich habe verloren. Ich habe tatsächlich verloren. Ist doch nicht das erste Mal. Ich habe es geschafft. Ihr habt Bowser Jr. gezeigt, wie der Boss ist. Gut gemacht, Mario. Wir sind noch nicht fertig, das sage ich meinem Papa. Er wird noch größere Eismauern bauen, damit er nicht aus der Stadt kommt. Tch, lol. Bowser Jr. entfischt, lass ihm nach. Oh, ist ja schnell. Aber der Platz von Frosthausen ist direkt da vorne, aber wir sind ganz schön angeschmiert. Wir brauchen noch mehr Gestale, um die Eismauern zu durchbrechen. Da hätte ich ja nie mit gerechnet. Also, die Story ist sehr, sehr simpel, wie ihr seht. Super, wir sind am Platz angekommen. Aber was machen wir jetzt, dieser Ort ist so groß. Und ein Omo-Chow. Hm, ist das nicht Omo-Chow da drüben? Ich habe gehört, dass Omo-Chow über alles Bescheid weiß. Ja, über alles, was ich selbst auch weiß. Vielleicht hat er ja da ein paar nützliche Informationen für uns. Nö. Es wäre ja keine schlechte Idee, Omo-Chow zu fragen, wenn wir nicht weiter wissen. Doch. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Der ist seit Sonic Adventure 2 so eine Nervensäge. Ich würde ihm gar keine Aufmerksamkeit gönnen. Das ist alles, was ich machen kann. Hm, Stiders könnte die Eischnelllauf-Mission auch hier antreten. Gibt es ja auch noch was anderes außer Eischnelllauf? Ich habe jetzt irgendwie kein Bock darauf. Gibt es da noch was anderes? Oh, da ist Tails. Ähm, es gibt nämlich auch rekrutierbare Charaktere. Ja. Hi Sonic, sei ein Zufall, dass wir uns hier über den Weg laufen. Joa. Und Tails ist einer da vorne. Oh, und Mario ist auch bei dir. Joa. Ich wollte ja bei den Olympischen Spielen mitmachen, aber mir fehlt ein Wettkampfpartner. Hey, wie wäre es, wenn wir einen kleinen Skiersprung-Wettkampf untereinander veranstalten? Was, ihr habt keine Skier? Ja, dann haut ab. Oh Mann, ihr seid so luschen. Ihr habt ja nicht mehr Skier. Aha. Aha. Ihr meint die sogenannten Kometenskier, oder? Ich schätze, erst müssen wir die mal besorgen. Ja, kommt zuerst wieder her, wenn ihr welche habt, ne? Ach, okay, das habe ich jetzt erstmal nicht bedacht, dass man da vielleicht neue Skier brauchen könnte. Ich habe keine Ahnung, wo die überhaupt sind. Hi Schalger, was geht's? Ey Leute, habt ihr Spaß bei eurem Abenteuer? Einige der Mission sind ziemlich schwierig, wisst ihr? Hattet ihr Probleme damit? Wenn ihr nicht weiter wisst und die Mission nicht schafft, kommt zu mir. Versucht euer Bestes, ehe ihr zu mir kommt, dann helfe ich euch vielleicht. Okay, ist das so eine Art Joker? Wobei, ich glaube, ich weiß noch nicht, wo die Skier nochmal sind. Dafür müssen wir jetzt mal hier hoch. Überall sind Bowser und Eggman-Flaggen übrigens. Ein Tor. Das Tor ist versperrt. Ich glaube nicht, dass wir das ohne Hilfe auch bekommen. Irgendwo muss ich eine Vorrichtung zum Öffnen des Tors befinden. Ja, das sieht schon ziemlich verdächtig aus. Dieser Mechanismus scheint mir ein guter Kandidat zu sein. Joa. Was ist denn das für ein Ding? Ein Totenfall ist es jedenfalls nicht. Sieht aus wie ein Art Mechanismus. Mal sehen, ob man ihn aktivieren kann. Hm, da habe ich mich geirrt. Oh, seht mal, hier befindet sich ein Hammer-Symbol. Aha. Da fällt mal ein, besitzt nicht einer von Sonics Freunden einen Hammer? Ja, das könnte Amy sein. Denn diese ganzen rekrutierbaren Charaktere, die sind für bestimmte Aufgaben auf der Overworld gut. Das finde ich halt auch ganz nice, dass man sowas gedacht hat. Was habt ihr vor? Sucht ihr was? Komm mit uns hier, hä? Ja, ja. Ich weiß, wo ihr ein gutes Paar bekommen könntet. Aber ich sag's euch nicht. Sie befinden sich in einer Schatztruhe nicht weit von hier. Hoffentlich sind sie noch da. Könnte ja sein, dass sie jemand gemobst hat. Wenn ihr nicht schnell macht, gehe ich vor und schab sie mir selber. Das werden wir zu verhindern wissen. Vielleicht ist es die Schatztruhe hier. Nur, wie kommen wir hin? Runterspringen können wir nämlich nicht einfach so. Warum auch immer. Nutzen wir doch einfach mal die Sprungfeder hier. Et voilà. Sonst sind wir da. Und können an die Kometenzieher kommen. Yay. Jetzt kann man Skibision machen. Ja, wie zum Beispiel die von Tails. Aber was haben wir denn hier? Einen Hero Schau. Hast du schon mal eine Feder wie diese gesehen? Ja, ich habe sie auch gerade eben benutzt. War nicht schwer das Ding zu benutzen. Ja gut, dann brauche ich mich auch gar nicht mehr zu erklären. Dann können wir jetzt mal um die, ähm, Vision von Tails kümmern. Ich glaube auf der linken Seite war tatsächlich auch noch jemand. Aber die Steuerung ist ja gar nicht mal so einfach. Ich gehe jetzt trotzdem mal auf die linke Seite. Aber ich glaube da war auch noch ein Charakter. Tatsächlich, da ist Luigi. Hey Luigi, was geht ab? Hey, da ist Luigi. Ja, ich grüße dich auch mein Freund. Die Tausende, aber sieht er sich hier. Ich frage mich was er macht. Ah, er bereitet sich auf die Skilang-Laufstrecke vor. Er will wissen, ob du gegen ihn antreten willst, Mario. Das macht sicher Spaß. Nehm die Herausforderung durch ruhig an. Ja gerne doch, besiege Luigi. Machen wir doch gerne. Wow, Luigi sieht ziemlich fit aus. Das wird ein spannendes Wettrennen. Ich bin auch ziemlich fit. Auch wenn ich nicht so aussehe. Und komm, es wäre noch eine Schande, wenn nicht Mario gegen ihn antreten würde. Was muss man denn da nochmal machen, ne? Wobei, ich finde das einfach blind raus. Ich bin so ein Skiller, der findet das blind raus. Und er ist jetzt aus, dass das mal ein guter Charakter gegen den man kämpft. Und der sich wie gesagt einem dann auch anschließen wird. Ah, mit A kann man wieder so einen Turbostart machen, ne? Genau, ich erinnere mich. Man muss hier immer wieder A drücken. Man hat quasi so eine Art, ähm, Ausdaueranzeige. Und auf X kann man so einen Sprint machen, ne? Gut, das sollte man eigentlich nur machen, wenn man so einen Berg hoch fährt. Aber, gut. Und dann kann man halt über diese Felder hier aufladen, ne? Allerdings sollte man aufpassen, dass einem die, ähm, Ausdauer nicht ausgeht. Hö, lustig. Ausdauer nicht ausgeht. Aber an sich ist auch Luigi noch sehr einfach. Also, wirklich schwerste Abenteuermodus an sich so oder so nicht, aber... Das am Anfang ist wirklich noch für, ähm, die Leid... Für ganz große Noobs. Wie mich, könnte man sagen. Aber wie lange geht denn das noch? Ist das... Moment, das geht zwei Runden, ne? Ernsthaft? Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf das Minispiel, ehrlich gesagt. Weil so spannend ist es nicht. Man drückt einfach die ganze Zeit nur A und versucht die Ausdaueranzeige, ähm, nicht auf 0 zu senken, ne? Man setzt ja nur wieder mal einen Sprint ein, wenn's, ähm, gut passt. Also, die Minispiele an sich sind eigentlich ganz nice in dem, äh, Spiel. Allerdings gibt's halt welche, die mir, die ich doch als ziemlich langweilig erachte. Und der Luigi ist, was weiß ich, wie weit weg von mir. Ja. Also, das... Die Chance, dass der mich noch einholt, ist gegen 0. Lol. Na, dann sprinten wir noch ein bisschen weiter und dann haben wir's auch gleich geschafft. Das war wahrlich überhaupt kein Problem, ne? Da brauche ich auch keine Wiederholung, um das zu merken, ne? Na, schade, dass wir das hier keine Animation eingebaut haben, ne? Aber wir hätten das sowieso machen müssen, weil... Wir bekommen ein Kristall. Ja. Nehmen wir's zu einer erfolgreichen Mission, Mario. Excellent. Merkwürdig, ich frage mich, warum Luigi so fröhlich ist, obwohl er verloren hat. Ach so, er applaudiert den Sieger. Er ist wirklich ein guter Verlierer. Ja, aber jetzt kommt ihm die zündende Idee. Hm? Luigi sagt, er will sich uns anschließen, ne? Schätze, wir brauchen so viel Hilfe wie möglich, um die Schneegasse zu retten, ne? Willkommen im Team, Luigi. Na, deine, komm mal mit uns mit. Ui, tschüss, bitte, meine Partie. Und so machen wir's halt bei einem Verschiedenscharakter an, ne? Und das gleiche werden wir's auch mit Tails machen, ne? Ihn möchte ich auch gerne dabei haben, ne? Und dann versuchen wir weiter, ähm, Mission zu erfüllen, ne? Omo, ciao, geh ich gepflegt aus dem Weg. Hey, Tails, da bin ich wieder. Diesmal hab ich Schia dabei. Okay, gut, aber... Ich werd dich trotzdem besiegen, Sonic. Cool, jetzt seid ihr dran, ne? Das wollen wir erst mal sehen, ne? Springen ist das noch nicht ganz so gut, aber... Oh nein, ich muss das mit Touchscreen machen, ne? Das wird schwierig. Ich muss jetzt ernsthaft ansehen, wie er das macht, aber gut. Ja, kann ich das irgendwie überspringen? Nö, leider nicht. Okay, dann müssen wir erst mal Tails beobachten, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie er das macht. Das muss eben... Muss halt richtig erspringen und dann... Muss man halt... Mit dem Wind fliegen und dann halt richtig landen, ne? Das hat er jetzt nur so Semi hingekriegt, aber... Ich hoffe, das kriegen wir besser hin, ne? Und ich glaube, es gibt jeweils zwei Versuche. Na dann, los geht's. Und... Mach doch! Das ist halt echt nicht leicht, wenn man das mit der Maus machen muss. Irgendwie glaube ich, ich würde sogar versagen, ne? Wobei, das hat jetzt... Zumindest die Landung hat geklappt. Ja, das ist grottenschlecht gewesen, ne? Also am DS würde ich das vor weitem besser hinkriegen, ja. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich jetzt noch... Das Einzige, was mich jetzt noch retten kann, ist, dass ich, ähm... Dass er jetzt übelst scheiße ist. Das sieht schon mal nicht gut aus. Und ich jetzt übelst abgehe. Und, wie geht da die Landung hin? Ja, genau so gleich wie vorher. Du hast jetzt ein bisschen niedriger geflogen, habe ich das Gefühl. Hey, wieso... Gibst du etwa schon auf? Du hast ja voll gesehen, wie ich... Wie ich, ähm, versagt habe. Ah, diesmal hat's geklappt. Ja, das klappt... Das sieht doch schon besser aus. So, mal sehen, ob ich doch die Landung so gut hinkriege... Ja. Das ist doch ein solit, ein guter zweiter Versuch gewesen, ne? Aber ob der mich noch retten kann, ne? Tatsächlich, er hat mich noch gerettet. Lol. So was kriege ich aber auch nur Irrchen, oder? Wir haben schon voll viele Leben, ne? Sind wir hier in Kirby Star Allies? So. Ach, ich muss an meiner Technik arbeiten, ne? Oh, ihr wollt also die Schneegeister retten? Ja. Warum nimm ich nicht mit? Ich kenn nämlich super mit Maschinen aus und kann mich bestimmt nützlich machen, ne? Super, danke! Ich lass nicht dich im Stich, Sonic! Und dich auch nicht, Mario! Tails, bitte für die Partie! Und übrigens, ich erinnere mich noch an eine Sache. Das wollen wir jetzt noch, bevor ich dieses Video beende. Denn ganz unten, bei Frosthausen, gibt's noch einen Bereich, wo Tails, ähm, mit Wissen über Maschinen sehr nützlich erscheint. Nämlich hier bei diesem Apparat hier. Was meinst du, Tails? Kannst du diesen Mechanismus in Gang setzen? Hm, er ist kaputt. Das wird ein Weilchen dauern. Aber wenn ich einen ähnlichen finde, der noch funktioniert, wäre es auch einfacher. Ich hab keinen anderen, der dort gesehen. Vielleicht finden aber doch eine. Achso, das geht doch gar nicht. Hm, nein, eben nicht. Ich würde aber sagen, ich beende dieses Video hier. Ähm, genau das Fazit kann ich erst in diesem Spiel nicht geben. Es ist eine sehr... Wobei, es ist eine sehr nette Mini-Spiel-Sammlung. Mit, ähm, Qualität. Besser als bei den heutigen. Und den Abenteuer-Modus finde ich für das, was er ist, schon ziemlich gut gelungen. Wobei, was ist das denn hier eigentlich? Ihr wart nicht zufällig auf eine Gondel, oder? Sorry, aber die Gondeln fallen gerade nicht. Na toll. Ich glaube, das ist später eine Verbindung zu einer, ähm, anderen Stadt. Weil es gibt nämlich neben Frosthausen noch andere Gebiete. Selbstverständlich. Na dann. Ich würde sagen, das war's für diese neuen LP-Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, und ciao. Ciao. Ciao.